UNTERTITELUNG Die Sympaziepunkte sind bei mir irgendwie jetzt ganz weg. Also Rassisten zu fängsingen, eben überhaupt nicht. UNTERTITELUNG 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 Jetzt sitze ich wieder freiwillig. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Hallo, oder wie man in Österreich sagt, Servus liebe Stadion-Freunde. Herzlich willkommen zu MNES TV. Wir sind gerade angekommen in der Hauptstadt Wien. Morgen im Weg Rapid Wien, Rabsonscore. Das Hinspiel hat Rapid Wien 1-0 gewonnen. Bevor ihr weiter schaut, vergesst nicht zu abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Ja, so sehen die Schilder aus hier in Wien. Und ganz crazy, einfach so ein pinkes Haus. Ja, hier begegnen uns schon die ersten Sticker. Hier einfach Darmstadt. Ich würde mal sagen, Sticker von Austria Wien. Dort kann man sich einfach kostenlose Zeitungen nehmen. Und jetzt warten wir gerade auf die Straßenbahn, auf die 18. Und dann kann es ja auch weitergehen. Da ist die Bahn. Ja, da ist schon mal der Hauptbahnhof. Da müsste das Hotel hier ganz in der Nähe sein. MNES TV, was machen Sie hier? Ja, wir sind jetzt wieder draußen. Frühester Check-in ist erst ab 12 Uhr möglich. Also circa drei Stunden. Jetzt gehen wir ein bisschen rum. Suchen etwas zu essen. Wird wahrscheinlich was Türkisches sein. Probieren wir mal hier, wie die türkische Küche in Wien schmeckt. Und nachher gehen wir dann zurück zum Hotel. Und dann seht ihr auch das Zimmer. So alle Wiener, die jetzt zuschauen, die müssen mir mal erklären, was hier Kontaktzone sein soll. Ist es das, was ich denke? Ja, schaut mal hier nochmal. Tolle Küche. Keine Ahnung, wie die heißt. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Mittlerweile sind sie am Restaurant angekommen. Und erst mal ein Chai-Gang. So Essen ist mittlerweile da. Ich hab ein Adana. Was hat mein Schatz? Pastor Malapide. Auf geht's. Schmeckt etwas anders als ein Blut. Darf ich ein Pastor Malapide mal probieren? Na klar. Wir haben so eben gegessen und was eingekauft für heute Abend. Und jetzt geht's eigentlich ins Hotel. Es ist 12 Uhr. Wir können einchecken. Ich bin gespannt auf unser Zimmer. Wir stehen jetzt kurz vor dem Hotel. Hier ist unser Hotel. Schaut euch einfach mal die Architektur an. Also wirklich um die Terrasse hier. Super. Ja, das ist ein normales Wohnhaus. Aber allgemein sehr sehr schick. Dann gehen wir mal rein. Das sieht auf jeden Fall besser aus als das Hotel in Lille. Und Fernseher haben wir auch da. Wie gesagt, designtechnisch alles richtig toll ist das. Hier. Kleine Schranke, da kann man weiter gehen. Das haben wir hier für eine Aussicht. Da sehen wir direkt den Notbarnow von Lien. Schauen wir uns mal das Badezimmer an. Ja. Klein, aber fein. Das war's. Unser Zimmer für heute. So, was haben wir vergessen? Natürlich den Bett-Test. Wie ein Lille. Wir bekleben uns unser Netz für heute Abend. Schaut mal nach unten, ey. Wie ist das? Oh mein Gott. So. Der Tag beginnt wieder mit Tönern. Damit die ich brauche, sind die Schlange. Das ist wahrscheinlich wieder der Lister-Döner von Lille. Der Tag beginnt wieder ganz anders. Das bleibt ja ganz anders. Wenn man nicht mehr in Deutschland verbreitet. Hallo. Das habe ich gemacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Der erste Eindruck im Stadion. Ich bin jetzt gespannt, was Krabbe dagegen machen wird. Der erste Eindruck im Stadion. Du bist der Freund von Marcel? Ja, Servus, Dennis. Prosti. 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 Mein heutiger Kollege, der hier ist der Dennis, der Freund von Marcel, der heute leider nicht hier sein kann. Grüße gehen raus an Marcel. Jetzt ist der Marcel doch da, Mensch. Wir haben jetzt noch gesehen. Ja, auf die Schafen. Du bist noch pünktlich. Marcel, jetzt kommt die Frage der Fragen. Werden wir heute Pyrus sehen? Wir kommen wahrscheinlich ab der 75. Minute. 75. Warum 75. Minute? Rapid Viertelstunde. Sehr bekannt. Okay. Das sind die letzten 15 Minuten. Dann sag ich dir mal was. Pass auf die 61. Minute. Okay. Das ist die Zahl von Krabbe und Spor. Von der Stadt. Genau. Da wird wahrscheinlich auch was kommen. Okay. Wir kommen jetzt zurück. Ich habe das auch schon noch. Zurück. Ganz schön. Jungenwein. 06. 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 Gleich geht es hier los. Mücke, der beste Regierende. Es gibt natürlich auch eine ganze Zeit. Aber die beiden hier hoffen, dass wir das liegen. Dann ist es los. Mücke, 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 Mücke! Marcel, Tennis, wo sind die Büros? Da! Lütschweig! 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 Jetzt sitze ich wieder freiwillig. Lütschweig! Alles wird gut. Lütschweig! 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 Wir haben den Schutz, wir haben den Krieg, also wir haben hier sehr gut angefangen. Abkommen, ja, da weiß ich es nicht, mal schauen. Ja, bis hin und frei. Das Wort ist... Da bleibt sich alles willkommen. Es ist schwer, wenn wir nicht reinzukriegen. Nein. Ja, boah, die Ohren. Nein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Wo sind die Virus? Dennis, wo sind die Virus? Was? Wo sind die Virus? Wo sind die Virus? Das reicht! Das reicht! Das ist falsch! Vore gibt's nie genug! Wieder sie Spreuz! Übrigens zur Info, dort ist ein Spruchband von den Trabzong-Fans, ja, sie rufen den Trainer dazu auf, sein Amt niederzulegen. Und ich glaube auch, dass das heute sein letztes Spiel war. Ja, das Spiel ist aus, Rappi Drin hat hier verdient geworden, muss ich einfach zugeben, da ist es heute maler Mensch. Ja, viel Glück an Rappi Drin, das Grafhaus-Tor macht jetzt in der Konkurrenz-League weiter. Ich möchte mich noch mal persönlich bei Marcel noch bedanken, dass er die Videos besorgen hat. Sehr, sehr gerne, immer wieder. Sagt mal, wie dein Kanal heißt. Na, losgibt uns, schreibt mir den Ball, so portet den Mann, der ist großartig. Genau, sein Anheilabend ist ja. Und jetzt freuen wir. Und alles, Dankeschön, dass du als Co-Kommentator manchmal nie mehr warst. Das ist super, gerne. Vergiss nicht zu abonnieren, gießt mich und zu liken und die Kommentare, die es heute war. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, das nächste Mal ist Samstag, in Bielefeld, bis bald, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.